Ich habe eine Überraschung für euch. Wir schreiben jetzt ein Diktat. Für viele Schüler ist das ein Horrorszenario. Diktate an sich sind ja schon schlimm, aber dann auch noch unangekündigt. Schweißausbruch und Zittern sind da noch die kleinsten Probleme. Wie soll man denn ein Diktat überhaupt bewältigen? Diktate sind eigentlich die einfachsten Arbeiten. Ja, das glaubt man meistens nicht, aber ihr müsst ja im Grunde gar nichts denken, sondern einfach nur das aufschreiben, was der Lehrer vorliest. Der Haken daran ist, dass er den ganzen Kram nicht auch buchstabiert. Genau deshalb kann man sich auf ein Diktat scheinbar gar nicht vorbereiten und aus diesem Grund ist ein Diktat für viele Schüler eben der blanke Horror. Wer mit der Rechtschreibung keine Probleme hat, der hat nach wie vor keinen blassen Schimmer, warum man zu Diktaten überhaupt ein Video machen kann. Aber wehe, einem liegt die Rechtschreibung nicht. Dann bekommt man nichts geschenkt. Keine Extra-Punkte für die Kreativität des Textes, keinen Pluspunkt für die Handschrift. Einfach nur die Benotung, ob man etwas richtig geschrieben hat. Gut, auf ein unangekündigtes Diktat kann man sich in der Tat nicht vorbereiten. Aber seine Rechtschreibung kann man immer verbessern. Wer viel liest und einfach immer. Auch beim Chatten. Darauf achtet, korrekt zu schreiben, der wird immer weniger Fehler machen. Es sei denn, er leidet an einer Rechtschreibschwäche. Da gibt es dann ganz spezielle Übungsmethoden, die aber allesamt auch nicht ohne das Lesen und Schreiben selbst auskommen. Tipps, wie man seine Rechtschreibung verbessern kann, findet ihr in diesem Video. Nun aber mal dazu, wie man dann in einem Diktat vorgeht. Zunächst mal solltet ihr ganz entspannt bleiben. Nervosität nützt ja nichts. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Probiert trotzdem ruhig zu bleiben und nicht auszuflippen. Und dann seid einfach aufmerksam. In der Regel lesen Lehrer den Satz, den sie diktieren, immer erst komplett vor und unterteilen ihn dann in Stücke, sodass ihr genügend Zeit habt, euch den Satz zu merken und ihn aufzuschreiben. Kommt ihr mal nicht mit, meldet euch und sagt, dass ihr noch nicht so weit seid. Wenn der Lehrer das nicht akzeptiert, lasst eine Lücke und schreibt erstmal weiter, was danach kommt. Die Lücke könnt ihr vielleicht im Nachhinein noch füllen, indem ihr dann nochmal nachfragt. Wenn nicht, dann erkennt der Lehrer an der Lücke, dass ihr nicht gehört habt, was ihr schreiben solltet. Konzentriert euch beim Schreiben immer auf jedes einzelne Wort, vergesst dabei aber den Satz nicht. Die meisten Lehrer sagen den zwar immer und immer wieder, aber wenn man sich auf einzelne Wörter stark konzentriert, kann man den Satz dann eben doch mal vergessen. Also beim Schreiben auf jedes Wort konzentrieren und dann wieder aufmerksam zuhören. Und bitte nicht hektisch werden. Lehrer lassen genügend Zeit, um mitzuschreiben und auch um zu verbessern. Sorgt dafür, dass man lesen kann, was ihr schreibt und hetzt euch nicht. Da macht ihr nur unnötige Fehler. Ist das Diktat dann fertig, lest euch den Text nochmal aufmerksam durch. Achtet dabei bei jedem Wort auf die Rechtschreibung und auch darauf, ob der Satz sinnvoll ist. Manchmal vergisst man im Eifer des Gefechts ein Wörtchen. Und dann müsst ihr euer Diktat in die Hände eures Lehrers geben und könnt nur noch hoffen, dass ihr möglichst wenige Fehler gemacht habt. Da ihr jetzt absolut nichts mehr ändern könnt, vergesst das Ding einfach. Mit den Klassenkameraden darüber diskutieren, wie man nun dieses oder jenes Wort schreibt, ändert nichts daran, wie ihr es geschrieben habt. Wenn schon, dann schaut in einem Wörterbuch nach, aber auch das bringt euch nur die Gewissheit, ob ihr dieses eine Wort nun richtig geschrieben habt oder nicht. In jedem Fall solltet ihr jetzt nicht aufhören, an eurer Rechtschreibung zu arbeiten. Schön brav jeden Tag ein bisschen lesen. Spannende Bücher mit guten Kapitellängen gibt es jede Menge. Ein paar habe ich euch in diesem Video vorgestellt. Und natürlich könnt ihr auch zur Übung immer wieder Diktate schreiben. Texte findet ihr überall. Bücher, Zeitschriften, Internet. Texte gibt es wirklich überall. Zu lang sollten sie allerdings nicht sein, sonst lässt eure Konzentration nach. Ihr braucht nur jemanden, der sie vorliest. Oder ihr schaut mal in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar Links zu Übungsdiktaten. Hilfreich kann es auch sein, wenn ihr den Text selbst lest und dann versucht, ihn aufzuschreiben. Ihr schreibt quasi ab und erteilt zuvor jedoch in sinnvolle Abschnitte. Ihr merkt euch den Satz also ebenfalls und schreibt ihn dann aus dem Kopf auf. Ganz wichtig ist, dass ihr euch euer Diktat, wenn ihr es zurückbekommt, anschaut und überprüft, was ihr falsch geschrieben habt und vor allem, wie man es richtig schreibt. Wer will schon denselben Fehler immer wieder machen? Einmal reicht doch. Und dann schnappt ihr euch wieder ein Buch und lest, lest, lest. Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr ja im Handstand lesen oder nach jedem Absatz drei Liegestützen machen. Aber am meisten Spaß macht Lesen, wenn ihr ein gutes Buch habt. Irgendwann ist die Zeit übrigens vorbei, in der der Lehrer euch Diktate als Klassenarbeiten anbietet. Dann müsst ihr euch die Texte selbst aus den Finger saugen und da zählt die Rechtschreibung genauso. Und zusätzlich auch noch der Inhalt. Und weil das nicht reicht, zählt in anderen Fächern häufig ebenfalls die korrekte Schreibweise. Es lohnt sich also, etwas für die Rechtschreibung zu tun.